ja hallo ich nochmal ich habe jetzt den ramnistra wie versprochen noch mal ein bisschen stehen lassen noch mal probiert und muss sagen das ist ein wein den muss man dekantieren es ist ein unterschied wie tag und nacht wenn der eine stunde anderthalb an der luft ist schmeckt dann noch mal völlig anders viel viel besser noch mal stimmt jetzt auch über mit dem überein was auf dem fact sheet steht nämlich fruchtnoten er kommt ein bisschen noch runder noch kräftiger also auf jeden fall unbedingt den wein dekantieren dann ist ein noch größeres erlebnis was ich gestern schon gedacht hatte